So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Let's Play World of Final Fantasy. Im letzten Part sind wir hier weiter vorangeschritten und haben eine sehr schöne Mirage gefangen. Eine Art Mini-Bemut, die wir jetzt auch hier nutzen können. Wir haben endlich zwei Dreierstapel und ich bin schon gespannt, wie viel Schaden Lan jetzt dann auch machen wird. Den wir gleich wieder entgegnen können und gleich mal testen. Schaut schon witzig aus hier. Gut, wenn wir die normalen Attacken vielleicht nicht ausreichen. Oder auch nicht. Wenn wir die normalen auf jeden Fall. Besser von den Attacken-Attacken geschickt. Und ich denke mal, die Preise wird das nicht vermischen. So, unser Makishar, der aufgesucht wurde. Range in my level up. Zwei der Werb, das stimmt. Warten wir. Warte. Warte. Warte, was ist das Grund zu sein? Thanks for the help just now. You two are going up against the enemy commander. Is that right? Take this. It'll come in handy. Eta. Hat mich nochmal gefreut, ein paar Phoenix-Federn zu bekommen. Aber gut, sei es drum. Da geht's ab, davor, ne? Was haben wir denn hier? Manche haben es echt so extra visante Stimmen. Es ist echt lustig, den dann zuzuhören. So, jetzt haben wir sogar ein Stapel gegen Stapel. Aber ihr habt eine Feuerschwäche und ihr habt eine schöne neue Attacke. Blitz. Das passt doch sehr gut. Take this! So, und das halt denke ich mir, das nochmal anzufassen. Ich kann es nicht finishen. Shift. Okay. Woher geht es rein? Ich kann es auch ganz schön rein. Das war's. Level up für Rage. Ich denke wir sind jetzt eigentlich dem Boss, der jetzt hier wahrscheinlich dann gleich kommen wird, gut gewappnet. Und hier haben wir schon den Speicherpunkt. Das macht ein Zeichen. Kleiner Cut hier. So, da sind wir wieder nach einem langen Speicher. Pfad. Truhe sind wir noch mit. So, Heiltränke haben wir eigentlich viele Kummer, ich würde umschmeißen nur mit den Phoenix-Federn, das ist ziemlich knapp. Die Prinzessin? Dude, sie ist hier! Ich glaube sie ist der Hands-On-Type. Deine Herr, hinter dir! Schau! Sind Sie okay, Herr Herr? Ja, danke. Oh, schmuck, wir müssen nach unten finden, jetzt! Aber wir können nach unten gehen. Wenn wir fast genug sind, wir... Nein, da ist kein Zeitpunkt! Prinzessin! Nein! O no! O.O.O.O! Das war's für heute. Das war's für heute. Cornelia, erzähl von anderen wie dich. Sie sind ein Schmerz mit großem Kraft in ihrem Herz. Sie sind ein Schmerz. Du bist ein Medium, einer mit dem Potenzial zu werden, um diesen Räumen zu werden. Warte, ein Medium? Ein Champion? Ein Champion. Sie entstehen bei kritischen Punkten in der Zeit, in denen sie wundervollt auf ihren Miraculös-Pauern. Die Kandidaten, die diese Licht in ihnen schlagen, ist die Kraft. Wir nennen sie die Mediums. Die Warrior of Light, natürlich, sind die Kornelian-Legende, aber die Mediums für andere Championen, können immer noch die Grimoire finden. Wundervoll. Also bin ich wirklich einer von ihnen? Ja. Keine Fehler. Ich denke, die Licht, die Lahn und Räume sahen war eine Art Revelle. Ich denke, wie ich schlafen meine ganze Leben und, endlich, wundervoll. Hast du diese Macht? Hast du die Möglichkeit, die Mediums zu bewundern, als Championen? Ich wünsche, dass wir wussten. Wie ich gesagt habe, wir nicht so sehr wissen, was wir sind. Warte, warte. Jetzt geht's los, Leute. Please, stand back, Princess Sarah. This guy must be their boss. Lon, it looks like the soldier's human. Don't get carried away. Rain, I'm shocked. I don't pick on people weaker than me. I just had to make sure. Let's go, Lon. Yeah. This team is the massive. Seriously? What do they feed him anyway? Ah, maybe we can do over that some other time. What do you think? Ah, diese Themen wieder. So, alles neutral. Holy shit. Hat richtig viel Läden, wie eine Team Shiva. Was für mich Shiva hatte. Okay. Okay. Ja, das geht auch wieder ordentlich. Schauen wir mal, welche Schaden hier hat es mal ist. Ja, ist ertragbar und du? Großer Erfolg. Baaam. Das haut schon ordentlich rein. So. Wir machen mal den Blitz-Mann. Dann greift man sie nicht an. Ich denk mal innen eigentlich. Oh, das hat ordentlich damit gemacht. Sehr schön. Jetzt nehmen wir den Eis so. Wir haben ordentlich Magie dazu bekommen. Ich geh nicht so voll auf den Schaden drauf. Gut, dann hauen wir hier noch wieder das Eis rein. Auf den Kommandaten. Oh, ich kann's. Der Schlag. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie viel Schaden der gemacht hätte. So, das sollte reichen. Ein Down. So, das geht down. Ich nehme hier den Eis. Das ist richtig ordentlich. Mein Schaden. Ja, das geht so. So. Allein schon mit seinem fetten Schwert jetzt. So, das muss ich richtig tun. Gut, was machen wir? Vielleicht was Neues ausprobieren. Oh, das war ordentlich. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Du bist fertig. Ja. Definitiv. Wir bleiben definitiv bei Eis. Ich habe das. Ja. Ja. So lange er nur so normal angreift, sollten wir nicht schnell zügig down kriegen. Aber ich will es jetzt nicht verstehen. Jetzt kommen wir in unsere Special-Karte rein. Deswegen heilen wir uns noch mal kurz. Man weiß ja nichts. Ich habe keine Special-Karte. Es ist ein Special-Karte. Ja. Aber es ist okay. Ich habe jetzt gedacht, der hat mehr Schaden. Dann machen wir ihn einmal so drauf, wenn wir diesen Eis zogen haben. Ich habe mich eigentlich ungefähr eh gleich für Schaden. Es ist wesentlich einfacher als der Schieber-Kampf, muss man auf jeden Fall sagen. Oder eh schon down. Und ordentlich Level-Ups für unsere Miragen. Gerade Rage. Vielleicht drei Level-Ups. Wahnsinn. Ja, geil. Und wir haben wieder einen Mega-Phönix. Und ein Eimer-Kristall. Sehr schöne Items bekommen für einen so einen Zwischen-Boss. Okay. Es wird immer bizarrer. Es wird immer bizarrer. Ja. 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 Wir haben eine Prophecy. Wir haben eine Prophecy. Wir haben eine Prophecy. Ja. Wir lassen uns ein neues Jahrhäuser. Ja. 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 Wir haben das mal geschlossen. Ja. 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 speichern leute und dann würde ich sagen was das auch schon wieder für diesen part wir sehen uns dann im nächsten part dann schon mal wieder was hier so auf uns wartet bin ja gespannt so kurz und knapp vielen dank fürs zuschauen leute bis zum nächsten mal euer west